So, du hast die Hände hier und du hast die Hände hier. Ja, ja. Es ist also nicht sehr komfortabel. Seitdem mein Vater das gemacht hat, war es so, wie es jetzt ist. Und so, das möchte ich jetzt ändern. Ja, jedes Mal, als ich wusste, jetzt muss wieder jemand gehen, wieder eine Muni gehen oder eine Kuh, habe ich schon wochenlang nicht mehr gut schlafen, ich konnte es auf der Brust. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nein, das geht nicht so für mich, ich kann nicht mit etwas Geld verdienen, das ich gar nicht unterstütze. Ja, sie haben uns ein Jahr langs Überleben gesichert, finanziell. Und jetzt, ja, als Dank tut wir es quasi, ja, schlagt. Eine Transformation, aber schnell ist die Transformation einer Bärm, die die Tiere in eine Bärm, in eine Bärm, die jetzt nicht mehr exploitingen Tiere, sondern auch als eine Bärm. Es ist wie eine Bärmung für die Menschen selbst. Sie sind in line mit ihren Werten, ich sehe das sehr, sehr.